Merry Christmas for, Entschuldigung, Fandai, Merry Christmas for, Letuha, Menschenrechtler inhaftiert, arrestiert, bekannt seit 2017, inhaftiert seit 2015. Menschenrechtler müssen freikommen. Ein Charity Game, Soccer Game ist ebenso geplant. Wer das Video hört und wer Ideen hat, bitte melden bei gala.com.tv for betterplanet only. Es kann ja sein, dass auch Sie Produkte produzieren in Vietnam. Dass wir zusammen mit verschiedenen Companies auf den Präsidenten zu Vietnam, Staatspräsidenten zugehen und um die Freilassung bitten. Denn die Zeit gibt es nur einmal. Wer sagt das? Schauen Sie auf die Seite gala.com.tv Gestohlene Sekunden können nicht mehr monetär vergütet werden. Bis bald. Jeder kann der Nächste sein. Uli Hoeneß sagte, wer weghört, wer wegschaut, kann Mittäter sein. Ich bin der Meinung, der ist Mittäter. Bis bald. Ich bin der Meinung, der kommt der TV No Limits.